So, wir kommen jetzt zu einem neuen Vlog wieder, also, ja, so, wir verabschlossen jetzt, weil wir uns zusammen mit Lukas, auch was dir gefallen hat, gibt einen Daumen nach oben, wenn alles dir gefallen hat, dann macht einen Daumen nach unten und schreibt unten in die Kommentare, und, äh, wie war euch die Aida, oder ihr könnt gerne, ihr könnt mich gerne abonniere, da könnt ihr euch die Kommentare schreiben, und wenn ihr nicht supportet, dann gehen wir nach Spanien, dann könnt ihr euch die Leute sagen, dass sie deutsch sprechen besitzt, so heute war eine Frau, die war fast so dummer, viele kennen schon, viele kennen schon was anderes, und, ähm, ja, und, ja, also, es war das Schöße Liebe, abonniert mich, und der Simon, der ist schon weg, und wir sehen uns wieder, bis morgen früh wieder, und morgen schläft Flughafen, und, äh, wir bleiben noch einen nach dem Hafen, und, ähm, die Aschere ist auch dabei, die ist unsichtbar, viele sagen, dass die Aschere unsichtbar ist, aber die ist unsichtbar, weil ich die Leute nicht sehe, deshalb ist sie manchmal in meiner Hand versteckt, deshalb ist sie wahrscheinlich auch wieder dabei, so, also, das war Schöße Liebe, bis morgen.